Musik Kinder helfen Kinder und ich bin dabei Kinder helfen Kinder, auch mit, dann sind wir zwei Drei, vier, fünf und viele, nur so kommt man zum Ziele Komm, mach mit und irgendwann, da gehen alle mit uns an In dem Musical geht es um Kinderarbeit in Lateinamerika Da reisen zwei Geschwister aus Deutschland im Traum mit dem kleinen Stern durch die Länder und lernen dort Kinder kennen, denen es nicht so gut geht wie ihn und wollen dann was dagegen tun Unser Lied geht rund um die Welt Und wir grüßen damit alle Kinder Das eine Lied, das ist aus dem Musical Da wird eigentlich das Thema vorgestellt, dass Kinder Kindern helfen wollen, anderen Kindern, denen es nicht so gut geht Und das fordert auch die Zuschauer auf mitzuhelfen, dem Chor oder insgesamt den Menschen Und das andere Lied, das ist so eine Art Trostspendung, würde ich sagen, für die Kinder, denen es nicht so gut geht Und es soll denen zeigen, dass es Menschen gibt, die an sie denken Lateinamerika, Lateinamerika, Lateinamerika 一些 Ernst promotinsky haben, über die Kinder, weil sie für departmentinnen und die KinderА Um bevorzug auf die componente die Mil ψ Hehe Und dann oder Flieger